Eine Treppe braucht einen Handlauf? Kein Problem. Eine Möglichkeit ist ein Geländer dran zu bauen. Und wenn man das mit dem Geländer, wo man ja richtig schöne Sachen an das Treppenbauteil dran bauen kann, dann nicht genutzt werden soll, gibt es noch eine nette kleine Alternative, die fürs Erste auch taugt. Doppelklick auf die Treppe drauf. Achtung, das ist der Treppenmodellierer. Dort nimmt man Elemente und eigentlich kann man an den Treppenmodellierer gar keinen Handlauf hinbauen. Naja, da muss halt eben der Holm herhalten auf einer oder auf beiden Seiten. Bei den Elementen. Holm. Dann gibt man dem eine gewisse Höhe, so Handlaufquerschnitt 5 cm, vielleicht auch eine Breite, die zum Handlauf passt. 4 cm sind hier gut genug. Und dann gibt es den kleinen Trick dabei, Abstand oben. Der ist natürlich normalerweise, sagen wir mal, holmmäßig einzumessen. Aber wenn ich hier minus 0,9 oder noch ein bisschen was anderes eingebe, sieht man schon, wie die Drahtmodelle sich anpassen. Letzten Endes schließt man das. Und dann hat man mit dem Holm, wenn es mal ganz schnell gehen soll, einen kleinen Handlauf eben an die Treppe gezeibert. Wie man es hier auch in der vergrößerten Perspektive hier sieht. Da einen Handlauf, wenn man mal je nach Treppenbeil, entsprechend was in der Richtung braucht.